Musik 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 Zwischen Marlin und Germelin in der Gemeinde Herscheid befindet sich ein historisches Kupfer- und Bleibergwerk mit dem heutigen Namen Olga. Dieses Bergwerk gründet auf einen alten Bergwerksbetrieb, der schon im Jahre 1533 erstmalig erwähnt worden ist. Es handelt sich hierbei um das Bergwerk am Nordfeld. Der Herzog von Kleve belehnt mehrere Gewerken mit diesem Bergwerk. Zu dieser Zeit wurden Schürfarbeiten getätigt und eine Steuerfreiheit von mehreren Jahren zugesichert. Das Bergwerk war schwer anzufangen. Weitere Überlieferungen gibt es erst wieder aus dem 19. Jahrhundert. Im Jahre 1892 versuchte ein Goldschmied Karl Thewes aus Dortmund und sein Schwager, ein Ingenieur Wilhelm Schröder ebenfalls aus Dortmund, in diesem alten Grubenbau ihr Glück. Es wurde eine Gewerkschaft mit 100 Kuxen gegründet. Man prospektierte in den alten verlassenen Stollen mit zwei Bergleuten und versuchte fündig zu werden. Die Erzgänge waren allerdings allesamt geringfügig und nicht bauwürdig. Nach kurzer Dauer stellte man den Betrieb 1896 ein. Das Juweliergeschäft Karl Thewes wurde 1824 in Dortmund am Hostenhellweg XII gegründet. Es war ein Geschäft mit hohlen Qualitätsstandards. Thewes war Lieferant für den preußischen König. Alle männlichen Nachfahren bekamen den Vornamen Karl, sowohl auch Karl Thewes der Gründer des Bergwerks Olga. Karl Thewes heiratete die wohlhabende Olga Schwarzkopf aus Lübeck. Olga Thewes wurde so zur Namensgeberin des Grubenfeldes. Die Schwester von Karl, Bertha, wurde die Gemahlin von Wilhelm Schröder. Und so auch zur Namensgeberin eines Grubenfeldes in Verdol, genannt Bertha. Wir werden uns nun auf eine Zeitreise begeben und uns den Grubenbau des Bergwerks Olga einmal anschauen. Die Schwester von Wilhelm Schröder Die Schwester von Wilhelm Schröder Die Schwester von Wilhelm Schröder Das ist hier die Stelle, die geht zum Wetterschacht. Michael, du müsst gleich rechts so ein kleines Wettertörchen kommen. Wir befinden uns heute hier in der Kupfer- und Bleieltsgrube Olga bei Marlin in der Gemeinde herrscht. Am 10. Oktober 1893 wurde die Mutung beim Bergamt eingereicht. William Schröder und Karl Thebes haben hier versucht in diesem Stollen Kupfer- und Bleierze zu fördern. Was wir hier heute sehen, ist der verlassenen Grubenbau. Die haben etwa bis 1896 hier gefördert, aber ergebnislos, die Grube wurde eingestellt und zurückgeblieben ist das, was wir heute sehen. Verlassene Gleise, Schienen, Schwellen und sonstiges. Wir werden uns heute den Grubenbau einfach mal in Ruhe anschauen. Ich wünsche euch eine gute Befahrung. Gleichfalls. So, dann gehen wir mal da weiter. Schauen wir mal da rüber. Ja. 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 Guck mal. Ein Stück mal nach hinten. Ja. Guck mal. Ein Stück mal nach hinten. Guck 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 mal nach hinten. Ja, hier haben wir die Schäden liegen lassen vom Brückbau hier, ich schätze mal, dass die von gut 120 Jahre alt sind, so die Grube. Und dann haben wir noch einen Dreh, nie ganz fest gemacht. Das war's. ja wir sind hier an der ortsbrust am ende der grube olga von hier aus ist es noch ein katzensprung sag ich jetzt mal bis zur oberirdischen verbindungsstraße zwischen germelin und marlin hier über uns hat sie einmal ein stück ein schacht befunden der hauptförderschacht an der straße sollte hier mit dem gang verbunden werden mittels gesenk man wollte die förderung aufnehmen aber wir sind hier in einem bereich wie er hoberg schon sagt hier ist keine verehrtungstunde mehr deswegen haben die hier an dieser stelle das gruben gebäude aufgegeben ja bis hierhin sind jetzt ungefähr 200 meter bis zur ortsbrust vom stoll mundloch aus und mangelts erzvorkommen wie wir sehen wo das ganze vorhaben olga ca 1896 97 eingestellt da haben wir etwas azuret und malachit direkt hier aus dem erzgang raus schön hier sieht man eine wandnische gegenüberliegend ist hier auch eine wandnische und die noch mehrere wandnische zu sehen da waren früher rundhölzer zwischengelegt und auch diesen rundhölzer an bretter gelegt um eine arbeitsmühne zu schaffen um diese erzgabung der hier nach oben geht abbauen zu können hier in der vierste können wir noch deutlich die überreste vom bergmännischen schießen beobachten wir haben hier die überreste von den bohrlöchern der stollen wurde mit hilfe von bohr und sprengarbeit 1893 in fels getrieben abonniere ich mich nicht mehr so gut Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018